Hi zusammen, hier ist der Florian. Willkommen zu einer neuen Folge von Photoshop in einer Minute. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr in Photoshop nahezu alles kopieren könnt oder duplizieren könnt. Ich habe hier die Hintergrundebene und ich habe hier schon eine zweite Ebene angelegt, wo nur dieser Nöppel da auf dem Boden ist. Wenn ich jetzt noch einen davon haben will, brauche ich nur einfach die Alt-Taste zu drücken und das nochmal hin und her ziehen und zack, seht ihr hier direkt eine neue Ebenenkopie. Und das gleiche nochmal mit Alt-Taste und ziehen. Das geht nicht nur mit den Objekten, die ihr freigestellt habt, sondern auch mit einzelnen Ebenen hier. Ich nehme hier diese Farbton-Sättigungsebene und drücke die Alt-Taste und ziehe einfach dazwischen und zack, wird hier eine neue erstellt. Also ihr seht, das geht auch, wenn ich es einfach hier unten hinziehe, egal wohin, es wird immer dupliziert. Und das Ganze geht sogar mit diesen Einstellungsebenen-Effekten. Da kann ich auch die Alt-Taste gedrückt halten und ziehe den hier runter auf diese Ebene. Oder, womit es auch geht, ist mit einer Ebenen-Maske. Auch hier Alt-Taste und ziehen auf die Ebene, wo ich es haben will und zack, wird diese Maske kopiert. Ihr seht, die Alt-Taste ist unglaublich vielseitig in Photoshop und hilft euch, um alles zu kopieren und duplizieren. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann hinterlasst mir doch einen Kommentar oder einen Daumen nach oben. Und ja, ansonsten sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann, ciao! Bis dann, ciao!